Moin moin meine lieben Freunde, schön dass ihr wieder dabei seid bei Evolv Als Monster, als Krake Bin einfach der größte Krake-Fanboy in letzter Zeit, momentan habe ich so eine Phase, wo ich echt viel Krake spiele Und mir das einfach so enorm viel Spaß macht, ich weiß auch nicht, aber der Krake Er ist schon cool Und ja, mal schauen, was mein Team so machen wird Ey, hä? Hä? Wieso sind die denn jetzt alle raus? Ich meine, ich habe eben schon mal eine kleine Runde gegen die gemacht gehabt Da wurde denen ziemlich krass der Arsch aufgerissen Um es mal auf gut Deutsch zu sagen Das ist auch kein Grund zu lieben, meine lieben Freunde Kann doch nicht sein Na gut, der Damm Immer wieder eine schöne Karte für zwischendurch Und ja, dann legen wir hier mal ein paar Min Obwohl, warte mal, haben die jetzt Daisy oder nicht? Shit, jetzt bin ich mir natürlich unsicher, was der genommen hatte Ich glaube, der Trapper war Der Trapper hatte gewählt, kann das sein? Shit Okay, komm Geh mal ein bisschen Gas jetzt hier von hier aus Sollte man auf jeden Fall machen Geil Ach komm, mach die Mach die beiden Kackvögel kaputt Warte So Okay So, dann wollen wir mal schauen Was diese Runde hier Für uns bereithält Man darf überrascht sein Man darf gespannt sein Entschuldigung Was erzähl ich da? Na komm Was machen die da vorne? Oh Warte Er will sich hier mit mir anlegen, oder was? Kann er gerne machen Also ich sehe sie noch nicht Was natürlich nicht heißt, dass sie nicht hier irgendwo in der Nähe sind Könnten ja auch unsichtbar sein, die Schweinehunde So, pass auf, den sneaken wir nochmal kaputt Dann haben wir echt schon richtig gut schnabuliert eigentlich Oh, da fehlt nicht mehr viel zum Evolven Ein Zweier Oh, shit Okay, hier sollten wir abhauen Oh, da kamen Schüsse Leute Ich muss ehrlich sagen Ich weiß nicht, wo die Schüsse herkamen Oder ich hab Hallus Fuck Warum denn genau jetzt? Aber wir probieren's Ich probiere mal hier zu Evolven Oh, shit Gerade den Dingens vom Bucket gesehen Die Drohne vom Bucket hat mich gefunden Aber wir können Evolven Bevor die hier herkommen, auf jeden Fall Okay Und Da haben wir ihn Okay Zack Weg mit euch Und den Komm schon Schönes Ding Schönes Ding Die haben kein Schild mehr So, sauber Und verzieh du dich auch mal, ey Braucht gar nicht herkommen So Markov Glaube dein Team Werde dich leider nicht mehr wiederbeleben So Der Assault ist tot Der wird gefressen So Ja, die haben mich hier getrappt Frag mich nicht warum Und Zack, zack Oh, ein so süßer Turm Das ist natürlich krass Boom Ja, könnt ihr gerne die Türme hier hochwerfen Und Hallo Bucket Na komm Wir kämpfen mal ein bisschen Jetzt Oh Und schon ist eure blöde Arena weg Ey, warte Leute Ich glaube, ich kann die fertig machen Ich glaube, ich kann die in dieser Runde schon fertig machen Und Boom Oder Ja, ich weiß nicht Ey, jetzt mit Buckets Dingern hier Na komm, ich hau erstmal ab Ich brauch ein bisschen Schild So, okay Ich wurde markiert Ist aber nicht so tragisch Denn Momentan fühle ich mich sehr mächtig Muss ich sagen So Ist mir eigentlich egal, wenn die mich sehen Muss ich mal ganz ehrlich sagen Momentan Habe ich das Gefühl Dass ich hier eher der King bin Und die meine Beute Und das schon auf Stufe 2 Weißt du, das ist echt krass So, jetzt machen wir hier mal Bam Direkt hier Auf den Drecks Medic So, komm, komm, komm Und Boom Und Medic gleich down Medic ist down, Freunde Schleichangriff gegen Bucket Schleichangriff gegen Bucket Und Bucket down Zack Hier Friss Und Bam, 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 bam Den machen wir fertig Ey, der wird nicht aufgehoben So, komm schon Ah, Gefahr, Gefahr Alarm, Alarm, Leute Zack Den haben wir Und Den Deathbringer So wird's gemacht Was, ist der andere schon wieder da Kann doch gar nicht sein Wo ist denn der Bengel Oh, guck mal hier Da kommt der Und Boom Wollen wir den Supporter fressen Oha Hallo Und Da Kommt der Grants vom Himmel geregnet Mein lieber Freund Geiler Round Geiler Round War mir eine Ehre Euch fertig zu machen Jetzt war ich eine schnelle Runde Muss man mal sagen Ah, der Kraker ist einfach cool Der Kraker macht Laune Ich würde gerne noch eine Runde hinten ranhängen Vielleicht Goliath Ich verlerne langsam aber sicher den Goliath Muss ich ganz ehrlich Äh Jetzt mal so mir eingestehen Mit dem Goliath Habe ich schon lange, lange, lange Keine richtig geile Runde mehr abgeliefert Schade eigentlich So Und mit dem 2100 Ja gut Nachbeben habe ich eh nicht Kein bisschen Dingens Und das haben wir schon Okay Alles klar Schade Ja okay Komm Egal Fortfahren Nächste Runde Der Grants ist bereit Leute Bereit wenn ihr es seid Und lasst mich schnell wählen Ich habe nämlich Eigentlich wollte ich euch eine Dingensrunde anbieten Heute Eine Runde als Ähm Trapper glaube ich war wieder ganz vorn Aber wir packen mal eben schnell Monster nach vorne Die Wetterstation lädt jetzt Okay Ich hoffe jetzt nicht Dass ich irgendwie Ah Nicht schon wieder so ein Twitter Gameplay Jetzt keine Runde hier noch Wo ich äh Monster und Mensch Die mag ich nicht so gern die Runden Wenn ich so eine Videos hochlade So ein Mischmasch So Lass mich bitte Lass mich doch wählen Hä Jetzt ging es einfach direkt los Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn Was ist denn das jetzt Wieso sind wir nicht in die Lobby gekommen Wer bin ich Markov scheinbar oder wat Ey Wie dämlich ist das denn jetzt Guck mal Ich krieg die ganzen Archivements grad noch Von der Runde Also mannig mal ist das Spiel echt verbuggt Hoch 7 Da vorne hat er schon wat aufgeschreckt Ja Ok gut Kommen Wat solls Da links Oh Ziemlich weit weg Da wärs mal interessant zu wissen Gegen welchen Schar wir spielen müssen Ah er rennt Er rennt nach links Offensichtlich Vorne gibt's einen Vorteil zum holen So Kugeln vergiften lassen wir uns Das ist geil Pflanze So Vorsicht Blitzleoparden Wird neutralisiert So Leute Wo ist er Ja haben wir kein Wir haben doch Cabot Hat er auch markiert Hat aber nichts getroffen Ist ärgerlich Ja wo kann er dann raus sein Könnte uns auch verarscht haben Und hier direkt wieder rausgegangen sein Aber keine toten Tiere hier Guck mal da sind seine Fußspuren Kaira macht den Boost Ok Dann hier vorne wieder Ben noch nicht so Davon überzeugt Was wir hier machen Oh ok sie haben ihn wirklich Da drüben schlingelt er rum Ah da hinten Vielleicht rennt er wenigstens um eine Mine Wäre ja immerhin mal etwas Ich gehe hier lang Welcher Turm Von welchem Turm reden die Keine Ahnung Was eigentlich die einzige Art von Blitzgewittern ist Ein kleiner Vorteil für alle Ok Dann sorgen wir dafür Nein nein du greifst nicht mich an Sondern nicht dich Oha da wurde wieder Ein Blitz Abgeschossen von Zeus Ende Alles wieder normal Ja Ok Ist über mich rüber gesprungen Gerade der Bengel Aber damit wissen wir schon mal Dass wir es mit Goliath zu tun haben Ich finde es interessant Dass ich komplett neue Lobby bin Ich auf einmal Ist er bei euch lang? Da ist das Ding Ganz da drüben Mach das für mich alle Äh Diese scheiß Heilungsfeld ist wieder geladen Er hat aber ein gutes Schild angefressen Das heißt es könnte auch sein Dass er bald evolve Ja endlich wurde er mal hier Endlich wurde er mal hier gedingenst So komm Oh da hat dein Sprung nicht ausgereicht Würde ich mal sagen Ja gutes Gefühl Und hoch mit mir Jetzt kämmt er da oben Alu Card Okay Alles klar Ah dieser Dreckige Hund Warte Machen wir es anders Versuch doch Markov was zu tun Na los Minen bereit Okay wir packen hier mal ein paar Minen Verliere mein Schild Jetzt kannst du dich nicht mehr verstecken Und rüber mit mir Komm schon du B Ich bin so gefährlich begraben Okay also Das ist ein Wegrenner So viel steht schon mal fest Könnte ein Franzose sein Okay sorry Der war böse Aber sowas muss man halt manchmal bringen Ihr wisst ja alle wie es gemeint ist So Vorsicht Tyrann Okay sauber Da oben Da oben Denkt dran Leute Wir können ihn noch sehen Deswegen wäre es geil Er geht hier unterlang Jetzt regnet es auch noch Ne Das sind immer die geilsten Runden Ey Wenn es so anfängt zu pissen Ohne Ende Ah da hinten Weißt du Bescheid Wo er hin ist Ah er ist hier rechts abgebogen Mist Oh 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 okay Wäre endgeil Wenn wir ihn jetzt finden Go Trapper Go Trapper Ein Tyrann Wir sollten Abstand halten Naja Ihr solltet Abstand halten Ich gehe sowieso nicht an so ein Ding ran Ziel in Sicht Vorrücken Leute Ey Diese scheiß Gewitter Da ist das Ding Okay Er hat momentan natürlich sehr wenig Schild Ein besonderes Wir sollten es uns schnappen Oh lecke mich Ist er hier? 100 Meter weg von mir Scheiße Gibt es auch nicht Ich brauche ich mal Heilung Kaira Sie können weit springen Hier geht er lang Mine gelegt Ich habe das echt nicht kommen sehen So Hier heilt nochmal den Grants Hab gehört das ist ein guter Also ich vermin hier mal Und dann gehen wir hier lang Update hin Leute Okay So Komm schon Lege ab jetzt Minen Hey Seht mal Wir sind durch die Panzerung durch Okay Er ist da rein Hey Halt mir auf Schild Blüht zusammen Hey Ist was Hilfe Will Ich der Letzte Eilungsfeld ist bereit Ne Da drüben noch Irgendjemand Verdammt Ich bin vermutet Okay Ich liege Jetzt sollten die abhauen Hau ab Junge Hau ab Oh er ist noch mal in meine Mine rein Komm schon Danke Mein Schild ist aktiv Kommt hier rein Kommt hier rein Come on inside The cave Okay Warte Ich weiß auch nicht warum die vom Cave weg gehen Ich hab doch gesagt die sollen hierher kommen Okay da kommt er Und ne neue Mine Hier hin Okay warte Okay wie viele Minen hab ich Okay Okay warte Geschildet Boah wenn ich das jetzt noch reiß Das wäre so krass Leute Es könnte sein dass wir es noch hinkriegen Ich bin mir nicht sicher Die Minen Die Minen Komm schon Oh das ist so knapp Das ist so ein knappes Höschen Komm schon Boah Ich hab's fast geschafft Leute das war echt heftig Ja das war jetzt mal wieder so ein Mischmasch Es gab am Anfang ne Monsterrunde Und dann wurde ich irgendwie in eine andere Lobby reingeballert Ich weiß nicht genau warum Aber ja Es war ja trotzdem lustig Leute ich hoffe ihr hattet Spaß Und ja Ich bin jetzt so ein bisschen in die Rolle von Markov reingeworfen worden Ich konnte mich nicht vorbereiten Und deswegen war ich so schlecht Ich finde immer ne Ausrede Glaubt mal Also wir sehen uns bei der nächsten Folge Und dann hoffentlich wieder ein reines Monster Gameplay Ich würde mich freuen wenn ihr wieder dabei seid Und ja Haut rein Ciao ciao